Kennst du das, wenn du nach einem langen Arbeitstag endlich nach Hause kommst, in die Küche gehst, dir was zu essen machst, dich dann auf die Couch legst, den Fernseher anschaltest und endlich mal durchatmest und sagst, okay, jetzt habe ich Zeit, mich um meine eigenen Projekte zu kümmern, jetzt setze ich mich gleich nochmal hin und lerne zwei Stunden koden. Stopp! Genau an der Stelle ist nämlich meistens schon ein Fehler passiert, der dich wahrscheinlich daran hindern wird, dich jetzt nochmal hinzusetzen und zu koden. Denn meistens fehlt einem an dieser Stelle bereits die gesamte Energie. Und dir wird ja bewusst sein, dass wenn du als Quereinsteiger programmieren lernen möchtest und das Ganze nebenberuflich lernst, dass du dich dann nach der Arbeit einfach nochmal ein, zwei Stunden hinsetzen musst. Und es gibt ja auch Leute, die schaffen das Ganze, die haben nach der Arbeit noch die Energie, das Ganze durchzuziehen. Was machen diese Leute also anders, als die Leute, die nach der Arbeit einfach nur auf dem Sofa sitzen und denken, ich kriege es jetzt einfach von der Energie nicht hin, nochmal ein, zwei Stunden konzentriert zu arbeiten. Meistens wenden diese Leute nämlich einfach nur gewisse Methoden an. Und genau über diese Methoden reden wir heute in diesem Video. Ich zeige dir in diesem Video ganz konkrete fünf Tipps, die Leute anwenden, die das Ganze schaffen. Und ich zeige dir auch, wie du das Ganze in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst. Und du wirst sehen, das Ganze ist machbar, es ist kein Hexenwerk. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Methode. Die erste Methode ist die richtige Feierabendroutine. Als ich im letzten Semester von meinem Masterstudium war, hatte ich keine finanzielle Unterstützung. Ich habe Vollzeit gearbeitet, das heißt 40 Stunden pro Woche, musste nebenher meine Masterarbeit schreiben und musste auch noch vier Klausuren an der Uni schreiben, für die ich lernen musste. Ich hatte also richtig viel zu tun und irgendwie musste ich das alles unter einen Hut bringen. Mit der Arbeit, da hatte ich nicht besonders viel Flexibilität. Da musste ich jeden Tag einfach acht Stunden programmieren, hatte noch eine dreiviertel Stunde Pause, war also gut und gerne neun Stunden damit beschäftigt. Außerdem musste ich natürlich auch noch 20 Minuten zum Büro und abends 20 Minuten nach Hause. Sagen wir also, neuneinhalb Stunden waren schon einmal weg. Und wenn man dann abends erstmal zu Hause ist, dann hat man natürlich keine Energie mehr nach dem Essen, dann nochmal sich aufzuraffen und da nochmal zehn Seiten zu schreiben oder irgendwelche Papers zu recherchieren oder zu lernen. Dementsprechend habe ich dort eine Methode angewendet, die mir extrem weitergeholfen hat. Ich habe im Büro etwas zu Abend gegessen, nicht zu viel, dass ich nicht zu müde wurde und habe mich dann einfach nach meiner normalen Arbeit im Büro noch einmal zurückgezogen und habe da an meiner Masterarbeit gearbeitet und habe auch dafür meine Klausuren gelernt. Und ich bin wirklich jeden Tag länger im Büro geblieben. Gegen Ende bin ich sogar bis 23 Uhr im Büro geblieben. Das würde ich jetzt nicht unbedingt jedem empfehlen, denn das Ganze ist natürlich kein Sprint, sondern ein Marathon. Das heißt, du musst das Ganze lange durchhalten. In meinem Fall bin ich aber jeden Tag noch so vier, fünf Stunden länger im Büro geblieben. Aber wenn du es auch nur schaffst, eine Stunde am Tag länger im Büro zu bleiben und dort dich um deine eigenen Sachen kümmern kannst, dann würde dich das Ganze schon extrem weiterbringen. Wenn du jeden Tag eine Stunde im Büro programmierst, dann wird das einen extrem positiven Einfluss auf deinen Lernfortschritt haben. Jetzt sehe ich aber schon die ersten Kommentare von Leuten, die schreiben, ja, bei mir im Büro ist das Ganze leider nicht möglich. Ich habe eine laute Arbeitsumgebung oder Leute kommen dann immer zu mir und wollen, dass ich irgendeine Aufgabe erledige, solange ich im Büro bin. Was kann ich machen? Du kannst das Ganze auch zu Hause machen, dann musst du allerdings ein paar Tricks anwenden. Wie gesagt, solltest du jetzt nicht zu Hause erstmal Essen kochen und in diesen Feierabendmodus kommen. Wenn ich zu Hause mich direkt nach der Arbeit zu etwas motivieren muss, dann gehe ich direkt zu Hause an den Schreibtisch. Das heißt, sobald ich zu Hause bin, ist der erste Gang an den Schreibtisch. Ich gehe nicht auf die Couch, nicht vor dem Fernseher und ich koche mir auch nichts zu essen, denn all das bringt mich in so eine Feierabendstimmung und danach kann ich mich extrem schwer motivieren, noch einmal etwas zu machen. Das heißt, ich nehme mir dann einfach einen schnellen Snack oder Gemüse, ein bisschen Obst und esse das, wenn ich extrem Hunger habe und esse das Ganze vor meinem Laptop. Ich habe auch manchmal ein bisschen so eine Suppe oder sowas vorbereitet und dann setze ich mich einfach an den Laptop und arbeite und esse währenddessen. Denn ich weiß, wenn ich jetzt erstmal eine längere Pause mache, dann war es das und dann kann ich mich nicht noch mal motivieren. Also, wenn du direkt nach der Arbeit, sobald du zu Hause ankommst, dich nochmal an den Schreibtisch setzt, dich da irgendwo zurückziehst und einfach anfängst zu arbeiten, dann bringt das auf jeden Fall etwas. Und so wirst du es auch locker schaffen, nochmal eine Stunde, wenn es eine feste Routine in deinem Alltag ist, nach der Arbeit zu lernen. Die zweite Methode kennst du sicherlich, wenn du Gamer bist. Als ich damals noch studiert habe und noch nicht so viel gearbeitet habe wie jetzt, da habe ich auch sehr gerne Computer gespielt. Ich habe mich da häufiger mal am Abend hingesetzt und habe ein, zwei, drei Runden gespielt und plötzlich war ich in so einer Art Tunnelmodus. Ich habe immer wieder die nächste Runde gestartet, sobald eine Runde zu Ende war. Ich habe gar nicht mehr auf die Uhr geguckt und plötzlich war es ein Uhr nachts oder zwei Uhr nachts und ich dachte, wow, wo sind denn die letzten fünf Stunden hingegangen? Das Ganze ist beim Programmieren auch möglich. Wichtig ist, dass du halt in diesen Zustand kommen musst. Und da kommst du am schnellsten rein, wenn du dich halt von nichts ablenken lässt. Das heißt, dein Handy geht aus. Alles, was dich irgendwie ablenken könnte, muss einfach weg und du bist einfach nur in deinem Tunnel. Das heißt, du guckst auch am besten keine YouTube-Videos, auch wenn du Programmiervideos guckst, weil dann an der Seite immer irgendwelche anderen Videos vorgeschlagen werden, sondern googelst am besten, wenn du irgendetwas wissen musst. Und ansonsten bist du einfach komplett auf deinen Code konzentriert und machst nichts anderes. Und wenn du es schaffst, in diesen Tunnelmodus zu kommen, dann vergehen die Stunden so schnell und du wirst automatisch so viel Zeit ins Programmieren investieren, dass du sehr schnell sehr gut wirst. Der dritte Tipp ist sehr wichtig, wenn man nicht sofort in diesen Tunnelmodus kommt. Und das Ganze kenne ich auch sehr gut, dass man eine Aufgabe hat und man weiß, man muss diese Aufgabe machen. Allerdings ist diese Aufgabe oft so hart oder man kriegt es einfach nicht hin und dann lässt man sich echt von allem ablenken, was irgendwie um einen herumfliegt. Was kann man da machen? Eine sehr beliebte Technik in diesem Fall ist die sogenannte Pomodoro-Technik. Das bedeutet, dass du einen Timer stellst, zum Beispiel auf 20 Minuten und während dieser Timer runterläuft, machst du nichts anderes, als dich mit diesem Problem zu befassen. Das heißt, solange der Timer läuft und solange der Timer nicht geklingelt hat, guckst du nicht auf die Uhr, du guckst nicht auf dein Handy, du machst absolut nichts und arbeitest an dem Problem, egal wie nervig es ist und egal, ob du vorankommst oder nicht. Du beschäftigst dich einfach damit. Sobald der sogenannte Pomodoro zu Ende ist, machst du eine Pause. Fünf Minuten oder zehn Minuten, nicht länger. Und diese Pause musst du auch nehmen. Das heißt, auch wenn du dann drin bist, mach diese Pause, werde einmal kurz klar im Kopf und setz dich danach wieder hin, das Ganze wirkt Wunder. Und dann machst du den nächsten Pomodoro und das immer so weiter. Wenn du jeden Abend, sagen wir mal, vier Promodoros a 25 Minuten machst, hast du zwei Stunden gearbeitet und glaub mir, das Ganze ist eine super Technik, gerade wenn man jetzt etwas hat, wo man sich leicht ablenken lässt, weil es einfach sehr kompliziert ist. Probier es einfach mal aus, es gibt da auch diverse Apps, ich möchte jetzt für keine Werbung machen. Gib einfach mal im App Store oder im Play Store Pomodoro-Timer an. Gib auch auf YouTube einige Leute, die sich einfach dabei filmen, wie sie lernen und da stehen dann auch immer solche Pomodoro-Zeitstände. Ich würde eher eine App nehmen, denn wenn man YouTube nebenher hat, dann lässt man sich auch davon sehr gerne ablenken. Also lieber eine App nehmen, gib das einfach mal im App Store ein. Und ich sage dir, die Pomodoro-Technik wirkt bei vielen Leuten Wunder, die sich gerne ablenken lassen. All die Methoden aus den letzten Punkten bringen allerdings nichts, wenn der aktuelle Punkt nicht erfüllt ist. Und zwar, dein Umfeld muss dich unterstützen. Viele von uns leben nicht alleine, sondern leben in einer Beziehung oder sind verheiratet, haben Kinder, wohnen vielleicht noch mit ihrer Familie oder in einer WG. Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man von den Leuten, die mit einem leben, unterstützt wird. Ich hatte mal einen Schüler bei uns in der Akademie, der war verheiratet und hatte zwei Kinder. Nennen wir ihn einfach mal Christian. Und Christian ist damals zu seiner Frau gegangen, hat gesagt, hey, ich habe diesen einen großen Traum. Ich möchte Programmierer werden. Das Ganze dauert ein bisschen. Ich muss mich dafür abends öfter mal hinsetzen oder am Wochenende muss lernen und das Ganze auch ohne Ablenkung. Kannst du mich bitte dabei unterstützen? Ich möchte das Ganze für uns machen. Es hilft uns extrem weiter. Ich kann danach besser für die Familie sorgen, weil ich dann auch ein besseres Gehalt haben werde. Aber jetzt mal so ein halbes oder ein dreiviertel Jahr werde ich mich einfach mehrfach pro Woche abends hinsetzen müssen und muss auch mal am Wochenende zum Beispiel vier Stunden von acht bis zwölf mich hinsetzen und einfach mal lernen. Und seine Frau hat gesagt, klar unterstütze ich dich dabei, Christian. Finde ich eine super Idee. Mach das Ganze. Gib mir nur bitte genau Bescheid, wann diese Zeiten sind, die du dir blockst zum Lernen. Dann kümmere ich mich in der Zeit um die Kinder und du kannst dich zurückziehen und kannst einfach ein bisschen lernen. Und diese Unterstützung aus dem Umfeld und von den Leuten, mit denen man zusammenlebt, ist einfach extrem wichtig. Wenn die Familie und Freunde einem helfen dabei, das ganze Ziel zu erreichen, ist es nicht nur leichter allgemein, sondern man muss halt einfach ein paar Stunden haben, jede Woche mindestens zehn sage ich immer, wo man sich einfach mal in Ruhe hinsetzen kann und sich wirklich konzentrieren kann und fokussieren kann. Und das Ganze ist natürlich nicht so leicht, wenn man immer gegeneinander arbeitet, aber wenn man miteinander arbeitet und sich gegenseitig unterstützt, auch bei der Erreichung seiner Träume, dann ist das Ganze auf jeden Fall machbar. Und der letzte Tipp ist noch ein Profitrick, den ich erst letztens von meinem Mitgründer Manuel gehört habe. Und zwar hat er auf TikTok jemanden gesehen, der sich ein zweites iPad gekauft hat, so ein billiges iPad, was er zu Hause hat und da hat er all seine Social Media Apps wie TikTok, Instagram, YouTube, Facebook und so weiter installiert. Und von seinem Haupthandy hat er all das deinstalliert. Er hat nämlich seine Bildschirmzeit getrackt und hat gesehen, okay, acht Stunden pro Woche verbringt er nur auf Instagram. Und das Ganze kann man auch durchaus machen, man sollte jetzt nicht komplett auf Social Media verzichten, das macht ja auch Spaß, aber man sollte es auf die Freizeit reduzieren. Und wenn man ein Gerät hat, was nur zu Hause liegt, so ein iPad, wo alle Social Media Apps drauf sind und ein ganz normales Handy, wo keine Social Media Apps drauf sind, dann wird man automatisch weniger abgelenkt. Das heißt, man kann dann einfach zu Hause, wenn man eh auf dem Sofa sitzt, durch Social Media auf seinem iPad durchscrollen. Wenn man aber gerade am Arbeiten ist oder am Lernen, dann hat man gar keine Möglichkeit, auf Social Media zu gehen, weil eben diese ganzen Apps nicht installiert sind. Das Ganze ist natürlich eine Umstellung, aber Manuel macht das Ganze jetzt seit ein paar Wochen und bei ihm funktioniert das Ganze super. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Versuche einfach mal, deine Bildschirmzeit zu tracken und guck dir einfach mal an, wie viel Zeit du pro Woche auf gewissen Social Media Apps verbringst. Und wenn das Ganze jetzt mehrere Stunden sind, dann überlege dir mal, ob es nicht vielleicht Sinn macht, diese Apps einfach von deinem Handy runterzuschmeißen und sie auf einem Zweithandy zu installieren. Du wirst dadurch so viele Stunden sparen. Überleg mal, wenn du acht Stunden pro Woche beispielsweise in Social Media verbringst und stattdessen diese acht Stunden einfach programmieren würdest, dann wird es wahrscheinlich extrem schnell gehen, deinen Traumjob als Programmierer zu erreichen. Eine weitere Sache, die einem natürlich extrem viel hilft, ist, wenn man diese ganzen Strukturen schon vorgegeben bekommt. Bei uns in der Developer-Akademie ist es so, dass man nie alleine lernt, sondern immer mit anderen Leuten zusammen. Es gibt regelmäßige Calls, die meistens am Abend, also nach der Arbeit stattfinden, wo man reinkommt und wo man auch mit anderen Leuten gemeinsam codet. Dementsprechend kann man dann auch schnell sagen, hey, ich muss jetzt nochmal in den Call und wenn der fest vorgegeben ist, wann dieser Call ist, dann haben da auch die meisten Leute Verständnis für, dass man da nochmal reingeht. Außerdem ist es so, dass es bei uns natürlich Ansprechpartner gibt und Leute, die einem die ganze Zeit unterstützen auf seinem Weg und dadurch kommt man einfach nochmal viel besser voran, als wenn man das Ganze jetzt alleine macht. Also, wenn du sagst, du möchtest gerne professioneller Softwareentwickler werden, du willst das Ganze beruflich machen, dann kannst du dich gerne mal über unsere Weiterbildung informieren. Drück dafür einfach auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns vereinbaren. Da können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können, ob das Ganze in deiner individuellen Situation überhaupt sinnvoll ist. Und vielleicht sehen wir uns ja schon bald persönlich und arbeiten zusammen. Ansonsten sehen wir uns hier auf diesem Kanal im nächsten Video. Mach's gut, dein Yunus. 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 Vielen Dank.